Bleiben wir zunächst beim Schlagwort Klimawandel. Ein Schlagwort, das uns wohl allen ein bisschen Angst macht, zu Recht. Es ist ein gefährliches Schlagwort. Wir haben nur noch ein sehr kleines Zeitfenster, haben wir gerade erfahren. Wir haben viele Fakten gehört, wir haben viele wissenschaftliche Daten gehört von Herrn Professor Kraser. Wir sollten aber, glaube ich, trotzdem jetzt nicht verharren. Und dieses Schlagwort Klimawandel, wie so oft in Diskussionen als Fallstrick betrachten, so mit einem Achselzucken, da können wir eh nichts mehr tun, das ist eh alles schon viel zu spät. Wir können da nicht mehr positiv wirken, wir können nichts mehr verändern, weil, Damen und Herren, so findet man keine neuen Wege. Und mein Ziel ist es heute, mit Ihnen gemeinsam und mit meinem hochdotierten Podium Wege zu finden, wie sich der Tourismus speziell diese Branche wandeln kann, um den Herausforderungen, die es jetzt schon gibt, also nicht der Zukunft, die es jetzt schon gibt, das ist uns allen nach diesem Referat und nach dieser Aufzählung der Fakten klar, um diese Herausforderung zu stemmen, um in eine Zukunft zu gehen, wo Tourismus sich an den Klimawandel anpasst. Ich darf Sie informieren, weil ich nicht weiß, wie weit Sie die Mitdiskutanten hier kennen, dass es ja doch schon sehr schöne regionale Projekte gibt. 2002 etwa wurde der Skibetrieb am Dobratsch eingestellt, die Lifte wurden abgebaut. Warum? Die Bevölkerung hat sich damals gewehrt gegen eine Beschneiungsanlage. Der Dobratsch ist auch Trinkwassergebiet, Schutzgebiet, und die Bevölkerung, die Anrainer wollten keine Beschneiungsanlage am Dobratsch. Das ist mittlerer Höhe, ganz oben ist schon immer Schnee, Herr Holberger. Und der Dobratsch ist dann zum Naturpark erklärt worden mit sehr spannenden Projekten. Und bewusst fange ich mit Ihnen an, Herr Holberger, und bitte Sie, uns ein bisschen zu erzählen von diesem Busshuttle. Da gibt es die Villacher Alpenstraße, die da hinaufführt, von diesem Busshuttle. Und wie sich das bewährt hat, der wurde getestet 2020 in den Semesterferien und hat, so viel darf ich vorweg verraten, in einer Woche mehr Zuspruch gefunden als die öffentlichen Busse, die hinaufführen, im ganzen Winter davor. Vielleicht können Sie erzählen, was daraus geworden ist und wie sich der Tourismus gewandelt hat, auch über diese Ängste kurz einmal sprechen, die es gegeben hat, dass der Dobratsch, eines der beliebtesten Skigebiete Kärntens seinerzeit, plötzlich keines mehr war. Ja, danke vielmals. Ich werde es ganz kurz ausführen. Man muss ein bisschen zurückgehen. Der Dobratsch als Trinkwasser, Einzugsgebiet für Nötzsch, Bad Bleiberg und die Stadt Villach hat einen sehr eigenen Tourismus gehabt. In den 70er Jahren war das ein großes Skigebiet für die dameligen Verhältnisse, aber es hat nie Hotels oben am Berg gegeben, weil es eben kein Wasser gegeben hat oben. Und das war auch die Herausforderung dann, wie es einige schneearme bis schneefreie Winter in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gegeben hat und diese Idee der Beschneiungsanlagen gekommen ist und hat dann letztendlich den Ausschlag dazu gegeben, dass man die Lifte abgebaut hat und den Naturpark erklärt hat. Das geht natürlich leichter, wenn es am Berg keine Betriebe gibt. Also ich hinterfrage das natürlich auch kritisch, wenn da oben einige Hotels gewesen wären, ob das dann auch so passiert wäre. Auf der anderen Seite hat man dann einen Naturpark gemacht, hat kein Winterkonzept gehabt. Zunächst, wir haben dann ein Winterkonzept, fünf Jahre zu spät, sage ich, nachgelegt. In diesen fünf Jahren sind die Hütten oben und die Betriebe, also die Tagesausflugsgebiete, Restaurants, Hütten, sehr verzweifelt. Das war klar, die waren gewöhnt, viele, viele Skifahrer, auch bei schlechten Wetter und dann war plötzlich zum Teil nichts mehr los. 2008, 2009 haben wir dann das Winterkonzept nachgelegt, das im Wesentlichen alles beinhaltet, nur nicht das klassische Alpinskifahren, vor allem das Winterwandern, das kommt also sehr gut an. Ein bisschen dieses Schlittenfahren, wo man so ein Higgerle runterrutscht, das verstehe ich nicht, warum das so gut ankommt, aber das ist so. Und das Skitouren gehen, das halt dann auch boomt seit einigen Jahren und immer mehr boomt. Und da wird aber eben noch präpariert, nur wenig, aber doch, auf Naturschnee. Und das bietet dann wiederum die Sicherheit, dass man hier auch als Anfänger eine Skitour gehen kann bei uns am Dobratsch. Zunächst einmal sind die BKW-Zahlen stark zurückgegangen in den 90er Jahren, in den Nullerjahren, sowohl im Sommer als auch im Winter. Mit Beginn des Erfolgs dieses alternativen Winterkonzeptes sind dann die BKW-Zahlen im Sommer und im Winter wieder gestiegen. Und wir haben dann 2010 schon uns bemüht, da eine Besucherregelung für die BKWs einzuführen. Das ist politisch nicht sehr leicht gewesen. Und eben wie lange es dauert, 2020 ist dann die Situation, oder 2019 eigentlich noch vor Corona, immer brisanter geworden. Eskaliert eigentlich. Ja, genau, kann man auch so sagen. Und dann war Gott sei Dank die Zeit günstig, dass man die Reißleine gezogen hat und mit sehr mutigen politischen Vertretern in der Stadt Villach, namentlich die Vizebürgermeisterin Hochstädter Lackner, die jetzt Altvizebürgermeisterin ist, ist es dann gelungen, diese Maßnahmen umzusetzen, im Prinzip eine Parkgebühr im Winter beinhalten und einen Zwei-Stunden-Shuttle-Bus. Das haben wir in dem Corona-Winter ausprobiert. Die meisten Presseanfragen waren immer, ja, in Gottes Willen, wer wird sich in Corona in einem Bus setzen? Und ich habe immer gesagt, ja, in Wien sitzen sie auch jeden Tag in die Öffis. Und das wird wohl bei uns auch gehen. Es war erfolgreich, es war letzten Winter dann so, dass wir über 5.000 Busgäste gehabt haben und über 12.000 BKWs weniger. Aber natürlich, wir reden noch immer von einem hohen Niveau an BKWs am Dobradsch. Das heißt, das Problem ist jetzt gemildert, aber nicht gelöst. Genauso wie man natürlich sagen kann, das alternative Winterkonzept zu einem Skigebiet hat eine reduzierte CO2-Belastung im Wert 1 zu 6. Das ist das Thema Wandern, Skitouren gehen. Zum Thema Skigebiet ist das 6-fache der Wert höher in einem Skigebiet wie in einem Naturberg. Das wissen wir, aber der Hauptbestandteil der touristischen CO2-Emission ist die Anreise und die Nächtigung. Und damit haben wir ja jetzt nichts zu tun. Aber das müssen wir auch noch in den Griff kriegen. Ich würde es jetzt nicht so stehen lassen und sagen, verharmlosen wir mit einem kleinen regionalen Beispiel, was der Herr Professor Kaser gesagt hat. Also das soll es nicht sein. Ich wollte Ihnen nur so etwas ganz Konkretes für den Beginn dieser Diskussion geben. Vielleicht auch so, dass man mal Wege sieht, wie geht man jetzt damit um? Wie geht man denn damit um, dass es immer wärmer wird? Das braucht man nicht diskutieren, das ist unbestritten. Dass es stickiger wird, dem kommen wir nicht aus. Das steht außer Frage, dass die Gewitter heftiger werden, dass wir Hagelgewitter im Mai haben, dass wir Tropentage im Mai haben und all das verbirgt sich nämlich hinter Professor Karsers Zahlen. Ich habe mich am Wochenende sehr ausführlich mit Ihren Vorträgen beschäftigt und versuche das ein bisschen angreifbarer zu machen. Warum? Weil Klimawandel einfach so ein Schlagwort ist und ich meine das negativ. Wir wissen noch immer nicht, was es bedeutet. Es dringt nicht durch und ganz besonders dringt es nicht durch, so provokant muss ich jetzt leider sein, zu den Touristen. Das weiß niemand besser als Professor Schmude, Sie haben das untersucht. Sie haben auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus in Bayern untersucht. Und dieser Spruch, Touristen kümmern sich eher ums Wetter als um den Klimawandel, das ist ein Spruch, der steht am Beginn einer langen Arbeit, die noch vor Ihnen liegt und noch lange nicht zu Ende ist. Was sind die konkreten Ergebnisse? Wie nehmen Touristen das wahr? Wie reagieren denn Touristen überhaupt auf Klimawandel? Also vielleicht als erste Bemerkung, den Touristen gibt es nicht, sondern wir haben verschiedene Typen von Touristen und natürlich haben wir auch klimawandelsensible Touristen. Allerdings ist das die sehr kleine Gruppe der Touristen. Und was wir grundlegend unterscheiden müssen, ist, wir haben eine Differenz zwischen dem sogenannten Alltagsverhalten und dem Urlaubsverhalten. Das heißt, im Alltagsverhalten ist die Mehrheit durchaus bereit, sich mit Klimawandel auseinanderzusetzen. Ja, wir sehen das an ganz profanen Dingen, gerade in Deutschland, wir sind Weltmeister im Glastrennen. Nein, Plastik ist bei euch so arg. Ja, aber Glas alt... Die haben nicht Altplastik, die haben, glaube ich, 17 Unterkategorien, wie man das Plastik aufteilen muss, den Plastikmüll. Ich habe das bei meiner Cousine gesehen, ich war verzweifelt. Also braucht man schon ein Doktorstudium, damit man im Plastikmüll trennt. Nein, das geht schon, das geht schon. Das ist eine Frage der Gewohnheit. Aber im Alltag haben wir diese Gewohnheit und haben uns durchaus die eine oder andere Eigenschaft auch zugelegt, dass wir damit klarkommen. Das Urlaubsverhalten ist ein völlig anderes Verhalten als das Alltagsverhalten. Und da wollen wir von diesem Thema möglichst unberührt bleiben. Aber Touristen tragen mit, wenn Unternehmen, touristische Unternehmen, sozusagen Klimawandelinitiativen setzen und versuchen, ein bisschen vorsichtiger umzugehen. Ja, aber da sprechen wir letztendlich, wenn ich den CO2-Abdruck mehr von Reisen anschaue, um die dritte Nachkommastelle, das Handtuch nicht auf den Boden zu legen. Das ist für die Sensibilisierung für dieses Thema wichtig. Aber der Effekt, werden Sie mir wahrscheinlich beipflichten, ist relativ gering. Beim Reisen haben wir das große Problem, dass je nachdem, was für eine Form von Tourismus sich ausübe, 70 bis 80 Prozent auf die Mobilität zurückzuführen sind. Das eigene Auto. Ja, und das ist die Stellschraube, wo wir über das Verhalten nachdenken. Ja, und da sind die Touristen aber relativ wenig bereit dazu. Also wenn ich jetzt wieder von den Touristen spreche, natürlich gibt es welche, die ganz bewusst ihre Verkehrsmittel wählen. Aber das passiert bei uns, Entschuldigung, wenn ich das etwas provokativ sage, ziemlich hirnlos. Durch die Demokratisierung des Reisens, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, haben wir eigentlich alle Optionen zum Reisen. Das sind die Billigflugtickets genauso dabei, wie die Möglichkeit, den Shoppingtrip am Wochenende in Mailand, den Junggesellenabschied in Barcelona. Das ist für mich hirnloses Reisen. Aber diese Option haben wir gehabt. Das wird auch jetzt nach Corona wieder angeboten. Aber hat sich das Reiseverhalten nicht radikal verändert? Sind die Leute nicht weniger unterwegs? Also wenn ich für die deutsche Bevölkerung spreche, werden vor Corona 78 Prozent Partizipationsrate am Reisen. Also 78 Prozent der Bevölkerung haben eine sogenannte Haupturlaubsreise gemacht. Davon gingen zwei Drittel ins Ausland. Wir haben Rückgang, klar, während Corona. Aber dieser Rückgang ist bei weitem nicht so dramatisch wie im globalen Maßstab. 15 Prozent weniger. Das heißt aber immer noch 63 Prozent der Bevölkerung sind gereist. Und von denen sind 52 Prozent ins Ausland gereist. Allerdings in ein anderes Ausland. Also sie sind nicht in den Flieger gestiegen und nach Spanien geflogen, sondern sind ins benachbarte Ausland mit dem Pkw gefahren, weil sie da die Sicherheit gehabt haben, sie können wieder zurück. Hat dazu geführt, dass beispielsweise die Niederlande ein Plus von vier Prozent an Nächtigungen gehabt hat von deutschen Touristen, die überwiegend aus dem Ruhrgebiet gekommen sind. Die Bayern sind nach Österreich gefahren, die Baden-Württemberger nach Frankreich oder in die Schweiz. Also nicht weit weg sozusagen. Richtig. Aber wir sehen aktuell, und gerade diese Woche sind die neuen Buchungszahlen von den Reisebüros gekommen, wir sind aktuell auf dem Weg zurück zum alten Reiseverhalten. Wir haben eine kleine Gruppe, die sensibilisiert worden ist. Und da haben wir aber auch wieder das Problem zwischen dem, was ich sage, wie ich mich ändern will, und dem, wie ich mich dann tatsächlich verhalte. Da gibt es so eine Lücke, Neudeutsch Gap. Wir nennen das Attitude Behavior Gap. Also ich möchte eigentlich mich bewusster verhalten, aber ich tue es letztendlich nicht. Und in den Interviews sagen uns dann auch die befragten Touristen, ja, ich weiß, drei Wochen Australien ist jetzt nicht das Intelligenteste, aber dafür esse ich in Australien kein Fleisch. Aber wenn ich mir den Fußabdruck anschaue, dann bin ich wieder bei der Nachkommastelle. Lassen Sie mich kurz ein paar Worte mit Heide Bichler-Hertitsch wechseln. Sie ist ja eigentlich momentan Hotelier, wieder mal. Haben wir auch schon gehabt, gell? Haben wir auch schon gehabt. Spannend finde ich bei Ihnen diese nachhaltige Marke CB&B. Das ist ein Konzept, auch wird Ihnen auch nicht bekannt sein, Herr Professor Kaser, wo Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze plötzlich touristisch genutzt werden. Wie geht das? Wir leben im Land der Seen. Wir haben, weiß ich nicht, tausende Zweitwohnsitze am Wörthersee, um nicht zigtausende zu sagen. Ich will nicht übertreiben. Ich bin zwar Journalistin, aber ich übertreibe sehr ungern. Und diese Zweitwohnsitze werden exakt drei Wochen im Jahr genutzt. Ist natürlich für die Gemeinden der helle Wahnsinn. Deswegen gibt es auch Zweitwohnsitzabgaben, weil ja die Infrastruktur trotzdem vorhanden sein muss. Und es sind natürlich leerstehende Betten am See. Und wenn wir jetzt schauen, jetzt gibt es knapp vor dem neuen Raumordnungsgesetz in Kärnten, gab es natürlich einen Megabau-Boom. Also es wird überall gebaut wie verrückt an den Kärntner Seen, statt die vorhandenen Betten zu nutzen. Und das ist See-B&B. Habe ich das jetzt kurz zusammengegeben? Es wird ergänzen. Ergänzen dürfen Sie. Nein, genau das. Danke. Das war genau der Ausgangspunkt. Ich komme aus einem Nationalpark Hohe Dauern, aus einer sehr hoffentlich nachhaltigen Region und habe mich über viele Jahre beschäftigt mit nachhaltigem Tourismus, auch mit Öko- und Gütesiegeln und Ressourcennutzung vor allen Dingen. Und bin ja dann am Wörthersee zu meinem Mann gesiedelt. Und da war auch dort die Überlegung, wie kann man vorhandenes besser nützen? Und gerade da war ja immer wieder die Diskussion mit den kalten Betten und alles steht leer. Totale Verdichtung der Fläche. Die ganze Infrastruktur, die sozusagen so nicht aufrechterhalten werden kann von den Gemeinden oder nur mit sehr viel Geld und intensiver Betreuung aufrechterhalten werden kann in weiterer Folge. Wie kann man das besser nützen? Und auch den Markt zuführen, um nicht noch weitere Hotelprojekte oder Häuser bauen zu müssen. und wir haben dann dort begonnen, also von den Tausenden Zweitwohnsitzen, also Leinfelden hat über zweieinhalb Tausend Zweitwohnsitze, also wir kommen sicher in die zigtausende, wenn man sich kärnt. Das ist nicht ganz so falsch. Die natürlich auch zum Teil nicht ganz widmungskonforme Zweitwohnsitze sind und auch nicht widmungskonforme Ferienwohnungen sind, aber einfach einmal zu sagen, okay, wir schauen, dass wir das nützen, was da ist. Und mit dem haben wir dann begonnen und das als eine Agentur sozusagen für Dritte und für die Eigentümer, und das funktioniert eigentlich wirklich wunderbar und sehr, sehr gut, haben uns dann auch quasi im zweiten Anlauf oder im zweiten Jahr damit auch beschäftigt, auch zu schauen, wie können wir generell da unsere Ressourcen besser bündeln, wobei ich da sagen muss, da sind wir jetzt noch nicht wahnsinnig weit gekommen, weil wir sehr stark im Wirtschaftsbereich sozusagen sehr stark auf Kooperation bauen. Also wir haben Reinigungsfirmen, mit denen wir kooperieren, wir haben externe Partner, die wir inkludieren, also wo wir jetzt nicht sozusagen einen eigenen Konzern aufbauen und alle Leute sozusagen selbst anstellen, sondern wo wir einfach schauen, dass wir die Fachkompetenzen sozusagen entsprechend zukaufen und die aber auch gemeinsam entwickeln. Also auch das machen wir. Ganz viel in dem Bereich war ja auch immer wieder das Thema, ich sage es einmal so, der nicht ganz korrekt angemeldeten Putzfrau, die dann halt auch noch ein bisschen irgendwas gemacht hat. Auch das war uns ein Anliegen zu sagen, also auch alles das in eine Transparenz, eine Legalität, das ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber zumindest auf die richtige Ebene auch zu kriegen, damit auch das Steueraufkommen entsprechend abgebildet wird. Weil es sind natürlich Kommunalsteuer, die ja dann auch wiederum die Infrastruktur helfen, aufrechtzuerhalten und so weiter. Also alle diese Themen im Kreislauf auch tatsächlich zu bearbeiten. Und was wir natürlich dort schon auch, natürlich dadurch, dass es alles sehr dezentral ist, haben wir auch sehr viele Mobilitätsaufkommen. Also wir fahren natürlich jedes Mal zu jeder Wohnung und zu jedem Ein Ding dann auch hin und reinigen und die Gäste kommen hin und so weiter. Also da haben wir schon noch vielleicht einiges zu tun. Also da kann man ganz gut auch noch sich weiterentwickeln, was die Nachhaltigkeit auch anbelangt. Aber was für mich da ein ganz faszinierender Prozess war, auch dass wir so viel mehr digital abbilden können und gar nicht so viel persönlich vielleicht tun müssen und damit auch Wege verkürzen können. Und auch sozusagen hier bessere Dienstleistungen auf einer digitaleren Basis auch zu bieten. Und das fehlt aus meiner Sicht in der Hotellerie, also in der klassischen Hotellerie zum Teil noch sehr. Da hängen wir total in diesen alten Strukturen noch drinnen. Ich nenne es immer so ein bisschen Oldschool, Oldschool Hotels und sozusagen Newschool. Sie haben das so schön gesagt, diese ganzen heiligen Kühe, die wir da im Tourismus durch die Gegend treiben. Gerade so Hotels müssen alles bieten, die Buffets müssen übergehen und das muss alles da sein von, was weiß ich, und jetzt kommt ja noch dazu, es muss die vegane Frühstücksbuffet, das glutenfreie, das, die Mandelmilch, die regionalen Produkte, also das ist ja eine unfassbare Menge, die wir bieten müssen. Und das ist genau das, was Sie auch wieder sagen, dass wir da ja im Urlaub plötzlich alle zu Hedonisten werden und das einfach alles haben wollen. Und jetzt gönnen wir uns endlich einmal was und jetzt fahren wir trotzdem und Corona hat uns sowieso eingesperrt und jetzt müssen wir erst recht nach Australien und so weiter und das kleine Krokodilfleischchen zählt ja nicht, dass ich dann dort vielleicht doch esse und so. Also so diese, ich gönne mir mal. Ich sehe nur eins. Ich sehe nur eins. Ja, genau. Also so diese, ich gönne mir jetzt einmal was, das steckt jetzt noch viel mehr drinnen. Und ich glaube aber, dass gerade da in diesem, in dem Feld, also was glaube ich ganz vielen noch nicht ganz klar ist, aber ganz vielen dann wieder doch, dass der Tourismus generell, der wird in drei Jahren schon und ich glaube, das wird unglaublich schnell gehen, in drei Jahren ganz sicher nicht mehr der sein, den wir jetzt kennen, weil er von ganz anderen Seiten auch total angeknabbert wird und vollkommen untergraben wird und die Hoteliers und die Touristiker unglaublich schnell nachdenken müssen, wie sie das ordentlich hinkriegen, dass sie auch wirtschaftlich tatsächlich überleben. Es gibt ja nach dieser Diskussion das Thema Mitarbeiter, also da, das ist ja etwas näher als der Klimawandel, weil das ist ja heute schon das Problem, dass wir keine haben und beim Klima kann ich sagen, okay, die Woche gehen noch schnell die Freilandeier und nicht die Bio vom Nachbarn und halt wie auch immer. Also das ist ja eben immer dieses Thema bei dem Klima, das es ja rausschieben kann, aber wir müssen da, glaube ich, ganz ganz schnell neue Modelle finden und neue Denkweisen auch für uns entwickeln, die dann eben auch dem, natürlich dem Klima generell sowieso dienen müssen. Am Podium darf man durchaus auch miteinander reden, wenn Sie Ideen haben und Einwände haben, sehr gerne. Ich möchte jetzt den Herrn Professor Kaser vor die schwierige Aufgabe stellen, dass Sie sich auf ein sehr enges Thema jetzt einschränken, nämlich Klimawandel und Tourismus. Sie sind einer, der sehr groß denkt und sehr globale, Geschichten entwickelt. Wie schaut denn der Tourismus der Zukunft aus? Was glauben Sie, was würden Sie einen jungen Touristiker heute empfehlen, was er ganz dringend machen muss, wenn er in einer Mittellage im Backlern-Kirchheim etwa einen Betrieb hat, wo wir in den letzten zehn Jahren, weiß ich nicht, vielleicht zweimal zu Weihnachten Naturschnee gehabt haben, sonst nur vom Kunstschnee leben und das auch sehr mangelhaft, weil es meistens zu warm ist für die Beschneiung. Also was würden Sie dem raten, wenn er jetzt seinen elterlichen Betrieb übernimmt? Ja, ich versuche Ihnen ehren, mich einzuengen. Ich werde teilweise darauf eingehen. Ich komme ja selber aus Südtirol, lebe dort und da fliegt uns der Tourismus den Nicht-Touristikern um die Ohren schon länger, das Jahrzehnte alt, die Geschichte, dass es zu viel ist. Wir haben sehr viele Ansätze und gute Ideen gehört und auch eine Problemanalyse, das würde ich einfach so wiederholen. Auf der anderen Seite, aus allem, was jetzt gesagt worden ist, kommen aus, merke ich, wie der Tourismus irgendwie fast wie ein Brennglas ist, der Gesellschaft. Und insofern lässt sich vom Tourismus und dem touristischen Verhalten sehr viel ableiten. Ich glaube, wir müssen einmal zuerst die Komplexität sehen zwischen Touristikern und Touristen. Das ist eine Wechselwirkung, die sich in jede Richtung schaukeln kann. Aber wir haben wenigstens, was Mitteleuropa betrifft, hier auch die Heiligen Kühe, die im Tourismus zum Teil sogar besser hervorkommen. Wir haben gehört über die Versorgung, die regionale Achtung. Regionale Versorgung ist schön, das ist aber auch romantisch. Und wenn wir sehen, wie jetzt etwas, was wahrscheinlich hier im Raum und sonst niemand so, drastisch gewusst hatte, dass die ganze Welt von einem Land abhängig ist in so massivem Ausmaß, was Korn und Mais und was weiß ich was als betrifft, wenn also die Ukraine jetzt nicht mehr liefern kann, dass Hunderte von Millionen von Menschen demnächst in massive Hungersnotkrisen geraten werden, weltweit, dann ist das etwas, wo ich sage, das sind Abhängigkeiten, die dürfen nicht passieren, aber wir dürfen auch nicht in die Abhängigkeit geraten, dass wir nur regional leben. Stellen Sie Ihnen vor, es geht irgendein Unwetter über unsere Region, auf die wir uns jetzt beschränkt haben, aus der wir uns glauben, ernähren zu können, nieder und dann ist nichts. Wir haben keine Handelswege mehr, wir haben nichts offen. Es muss die Vernetzung bleiben, es muss auch irgendwo im weitesten Sinne eine Globalisierung bleiben, aber die muss intelligent und nachhaltig ist so ein abgedroschenes Wort, aber im Sinne eines Überlebens in einer guten Welt gestaltet werden. Das sind die Nahrungsmittel, das sind auch die Energieverteilungen, das wäre so ein Thema, wo der Tourismus natürlich ein Hochenergiekonsumbereich ist, nämlich die Tourismusinfrastrukturen, nicht der Tourist als solch, sondern die Infrastrukturen und die ganz heilige Kuh, der BKW-Verkehr, also die Mobilität im weitesten Sinn und die Leute haben immer noch nicht begriffen, dass es eine sehr tolle Mobilität geben könnte, der Verkehrsklub Österreich ist auch federführend, zu zeigen, was es alles geben würde, nur es geht nicht über einen privaten BKW-Gebrauch, das ja eine Freiheitseinschränkung ist, das ist ja nur eine vermeintliche Freiheit, angefangen vom Geld, das es mir kostet als Familie, wenn ich einen BKW habe und wenn ich jetzt, ich habe es angekündigt, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, auf diesen Fußabdruck oder das Budget zu kommen, 38 Tonnen, habe ich gesagt, hatten wir pro Kopf und Nase weltweit zu Beginn 2020, in der Zwischenzeit sind zweieinhalb Jahre vergangen, rechnen wir jetzt, Kärnten schätze ich jetzt eine große Industrie, wird so 6 bis 7 Tonnen pro Jahr pro Kopf irgendwo verursachen, das heißt, wir haben ungefähr 15, 16, 17 Tonnen bereits verbraten von diesen, machen wir es einfach, wir haben jetzt noch etwas über 20, die wir pro Kopf und Nase haben und Volvo hat kürzlich aus dem Netz genommen, vorher hatten sie es ja auf ihrer Webseite, in ihrer Tochterfirma, die die E-Mobilität da irgendwo gestaltet, ein derzeit, und ich glaube derzeit immer noch, hergestelltes E-Auto, das wird zu fast 100% aus fossiler Energie hergestellt, nicht betrieben, hergestellt, 26 Tonnen, das heißt, wir haben das gar nicht mehr, dass jeder von uns ein Auto kaufen kann, ein Elektroauto, das ist eine totale Fehlentwicklung, das ist ein totaler Humbug, das ist eine der Kühe, die wir abschaffen müssen, das ist toll für die Autoindustrie und ein paar 10.000 Arbeitsplätze, die man leicht anders gestalten könnte, wenn man sie besser einsetzt und da ist der Tourismus voll mittendrin, ich kenne aus meinem Dorf Touristen, die ich mir noch über die Jahre kennengelernt habe, die aus Bern regelmäßig anreisen, und ich sage, wenn ich in Zürich oder Genf zu tun habe, was relativ oft der Fall war, ich fahre keinen Meter mit dem Auto, ich steige in den Zug, fahre mit dem Bus über den Offenpass drüber und dann steige ich in die Schnellzüge und bin schneller dort als mit dem Auto, die haben das versucht, seitdem reißen die mit dem Zug an und so, man fährt das wieder schön, so entspannt, wir sind schon seit zu Hause im Urlaub, das muss man ihnen halt anbieten, die dürfen nicht dann in den Zug mit Ski und Zeug und Sachen einsteigen müssen, sondern die müssen im Zugabteil ihren Urlaub beginnen können, aber das ist eine uralte Geschichte, das ist nicht neu, das habe ich den Touristikern vor 20 Jahren gesagt, weil ich eben aus so einer Region komme. Was noch vielleicht ein Hinweis zum Herrn Neuberger mit dem Nationalpark, es ist eine sehr, sehr klare, oder eine Zahl in dem letzten, im vorletzten Teilbericht erschienen, wo es um die Anpassungsfähigkeiten an kommendes Klima geht, unter anderem und da ist ganz klar drinnen, wir müssen 30 bis 50 Prozent der Erdoberfläche inklusive Ozeane renaturieren, wir müssen sie zurückverwildern sozusagen, um uns zu schützen vor dem, was an Klima kommt, nicht um das Klima zu schützen, um uns zu schützen. Denken Sie am Mikroklima, wir müssen Auwälder wieder schaffen in der Umgebung unserer Städte, wir müssen wirklich wieder massiv landwirtschaftlich übergenutztes Gelände rückgewinnen, wir müssen den feuchten Haushalt lokal wieder im Schwung bringen und die Hitzeinseln durchbrechen und, und, und. Herr Professor Kaser, Herr Professor Schmude wollte was dazu sagen. Ich möchte lange schon etwas sagen und ich höre nie auf, wenn man mich etwas fragt. Nein, 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 auf Sie. Das ist halt so. Einfach reden. Ich wollte ganz kurz einhaken, die Tourismuswissenschaft ist sich eigentlich einig, dass das Thema Klimaanpassung, Nachhaltigkeit völlig falsch kommuniziert wird von der Tourismuswirtschaft. Ja, weil, wenn ich Sie frage, was assoziieren Sie mit nachhaltigem Reisen, mit nachhaltigem Tourismus, da kommt zu 90% Verzicht. Und das ist einfach die falsche Message, die da kommuniziert wird. Wenn ich An- und Abreise bereits als Teil des Urlaubs organisiere und nicht, ich muss jetzt diese Distanz überwinden und dann fängt mein Urlaub an. Na, da muss ich erst noch einen Parkplatz finden. Zum Beispiel. Sondern, wenn ich Neudeutsch und Storytelling entwickle, dass eine nachhaltige Reise qualitativ ein Gewinn ist gegenüber einer konventionellen Reise, dass sie einen Mehrwert hat. Wenn Nachhaltigkeit zu einem Qualitätsmerkmal wird und nicht immer nur mit Verzicht, mit Reduktion, mit etwas Negativen konnotiert wird, dann sind wir einen Schritt weiter. Aber sorry, wenn ich jetzt die Touristiker so ein bisschen angreife, das haben viele noch ausgenommen, die hier auf dem Podium sitzen. Das haben viele einfach noch nicht begriffen. Und was wir auch feststellen, die Nachfrager, also die potenziellen oder tatsächlichen Reisenden, die fragen von sich aus wenig nach nachhaltigen Reiseprodukten. Sondern die Angebotsseite ist hier gefordert, mit der positiven Kommunikation diese Angebote auf dem Markt zu platzieren. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Darf ich die kurz mit einbinden? Liebe Madame. Hallo, guten Tag. Claudia Brütze, mein Name. Ich bin ja nachher auch noch auf dem Podium, aber ich wollte ganz kurz Sie so ein bisschen mit einem Impuls genau in die Richtung, was der Kollege sagt, Jürgen Schmude. Ich finde, wir wissen alle, dass das Problem so und so und so ist. Es ist viel besser, jetzt über Lösungsansätze zu reden. Ich finde Ihren Ansatz total spannend, zu sagen, wir haben ganz viel Leerstand. Was machen wir mit dem? Wie können wir den einbinden? Das klingt so easy. Sie haben vorhin zwei Sekunden Zeit dafür bekommen. Das war sicherlich ein wahnsinniger Aufwand organisatorisch alle unter einen Hut zu kriegen. Das sind, finde ich, Leuchtturmprojekte und ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel vom Kratzberg bringen hier aus Österreich. Ich habe eine Studierende, die dort ein Jahr gearbeitet hat und den Klimaberg mit initiiert hat. Also im Wesentlichen geht es darum, dass man Klimaessen auf den Tisch bringt, sozusagen über die Küche, über den Geschmack, das Thema Klima nochmal ganz anders angeht. Ich kann da gerne oder Sie kennen wahrscheinlich alle den Kratzberg, einen Kontakt nochmal herstellen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Ich fand die Idee über den Geschmack, über etwas, was ganz positiv ist, zum Beispiel vom Fleischkonsum wegzukommen, zum Beispiel das, was dort angebaut wird, in der eigenen Küche zu verarbeiten auf einem Niveau einer Sterneküche. Ein ganz positives Erlebnis, womit man im Tourismus auch tatsächlich Storytelling machen kann. Ich finde, da muss man hinkommen, dass man nicht sagt, wie beim Papier, es ist grau, was wir früher mal gesagt haben, es schreibt schlecht, es ist blöd, keiner will das machen, also Umweltschutzpapier, aber nee, im Tourismus muss das anders laufen und ich meine, in unser ganzer Leben, wenn wir uns anfangen, vegan zu ernähren, hat das einen Wahnsinns-Impact. Aber es muss auch schmecken, es muss Spaß machen, es muss nicht nach Gummi oder was weiß ich, Pappe schmecken und dann wird ein Schuh draus, weil ich meine, Urlaub ist, wie wir wissen, etwas, was wir sehr gerne alle tun, das muss was mit Genuss zu tun haben. Dankeschön. Ich glaube, nur um das zu ergänzen, ich glaube, dass dieses Projekt Klimaberg tatsächlich, Katschberg, genau diesen Schritt geschafft hat, das in diese positive Kommunikation reinzukriegen, auch zu sagen, dass wir nicht in diesem Fingerzeig und du darfst nicht, sondern erlebe das mal anders. Ich glaube schon, dass da viel im Kippen ist oder auch in Entwicklung ist, dass Gäste das durchaus auch schätzen oder unsere Touristiker auch irgendwo fordern oder haben möchten. Es passiert natürlich, man muss auch sagen, es passiert in den Hotels und in den Betrieben schon auch sehr viel im Hintergrund, was man, glaube ich, auch nicht unter den Tisch kehren darf. Es hat ganz, ganz viel, die letzten Jahre haben sich sehr viel beschäftigt mit Energieeffizienz in den Häusern und so weiter. Also da ist schon viel gekommen. Aber das Thema, das wir jetzt haben, auch als Gastgeber, ist das, dass wir zum Teil auch unsere Gäste einfach erziehen müssen und ihnen in irgendeiner positiven Art und Weise erklären zu können oder zu müssen, dass es das so und so nicht mehr gibt. Also die Frage ist, wie kriege ich ein Nein positiv rüber? Einen guten Teil hat uns Corona auch geholfen, weil viele haben zum Beispiel auch die Frühstücksbuffets ja dann umgestellt, also nicht mehr diese überbordenden Buffets, sondern in Tellerservice und so weiter, was allerdings wieder auf der Mitarbeiterseite zuschlägt, die wir jetzt dann auch nicht mehr haben. Also auch da werden wir dann die nächste Lösung finden müssen, wie wir das hinkriegen. Aber da hat sich, da tut sich schon viel. Die Frage ist immer, bin ich als Gastgeber, wie kriege ich das hin, dass ich meinen Gästen das positiv verklickere und auch verkaufe? Sie haben gerade gesagt, ich bin jetzt wieder eine Neo-Hotelierin, habe das im Management übernommen, einen alteingesessenen Kärnter Betrieb mit einem riesen Gasthaus, wo ich jetzt die letzten zwei Monate, seitdem ich ganz frisch da dabei eigentlich nur, immer nur Nein sage. Nein, das gibt es nicht mehr. Nein, das machen wir nicht mehr so. Nein, so wird es nicht mehr. Nein, das wird nie mehr so sein. Nein, das können Sie nicht mehr machen. Nein, wir haben nicht mehr das. Nein, es wird nicht mehr so. Also das ist unglaublich anstrengend und du hast ständig diese, wieso nicht, wieso nicht, das war doch immer so und ich habe doch immer und ich kriege doch immer und ich will das aber und das muss schon, das bin ich enttäuscht. Du bist ständig mit dieser Enttäuschung deiner Gäste konfrontiert. Ich glaube, das hat der Herr Professor Schmude auch gemahnt. Genau, das hat er, aber das geht, wenn ich jetzt sozusagen mir diesen Klima gedanken. Im Urlaub ganz ein anderes Leben. Genau. Und wenn ich jetzt das konsequent weiterdenke, also diese Klimageschichte, wenn ich sage, da geht es ja jetzt nur um Kleinigkeiten, dann kriegt er halt heute keine, ich weiß nicht, Fredattensuppen. Was ist das für ein Drama? Entschuldige. Also das muss man ein bisschen in Relation setzen. Wenn ich aber jetzt dann wirklich massiv eingreife und sage, ich will tatsächlich meinen Beitrag als Betrieb leisten, um diese Klimaziele auch zu erreichen, weil ich sage, ich habe wirklich, ich muss mein Haus komplett anders managen und aufstellen, dann habe ich ja wirklich Themen, die in andere Gewohnheiten eingreifen, meiner Gäste. Und da müssen wir noch führende auch denken, wie wir das richtig hinkriegen. Herr Professor. Ja, ich habe mich vorher ein bisschen vorgedrängt oder hineingedrängt. Ich habe Angst. Ah ja, genau. Entschuldige. Ich bin privilegiert. Mir hat sich da eine, ich zitiere jetzt jemanden und etwas im Hinblick auf das, was Sie gesagt haben, aber zuerst noch die Warnung, ja nicht zu überregionalisieren. Das kann nur schiefgehen. Ich wiederhole das. Aber ich zitiere den Franz Fischler, ehemaligen Minister und Kommissar in der EU und so weiter, der einmal in einer ähnlichen Podiumsdiskussion, wo ich mit ihm am Podium war, gesagt hat, das Erste, was man im Tourismus tun müsste, ist in den Hotelfachschulen den Köchen beibringen, wie man vegetarische Menüs auf den Tisch bringt, die nicht nach Karton schmecken oder nur so Salatblätter mit Ei in irgendeinem so einem dicken, so einem hohen Essigwasser. Ich kann man ausführen, ja. Ich finde das eine ganz spannende Idee und die wäre ja ganz leicht umzusetzen. Aber sie ist deswegen und da muss ich mir jetzt das Stichwort geben, dass ich das auch noch anbringe, sie ist deswegen nicht leicht umzusetzen, nicht weil die Leute nicht verzichten können. Wir müssen umdenken. Es geht nicht um den Verzicht, es geht nicht um die Gier, es geht nicht um ich will einfach und so, es geht darum, es geht nicht darum, aber ihr habt gemerkt, dass das eigentliche, der eigentliche Hebel der ist, dass Menschen Angst vor Veränderungen haben. In allen Bereichen und das fängt bei den Beamten an, alle Juristen sind per Definition Bewahrer von Regeln und Regelwerken, die sitzen überall drinnen von der hohen Politik bis ganze Runden ins Gemeindesekretariat und auch im persönlichen Umgang. Ich merke es deswegen so sehr, weil wir Wissenschaftler die Veränderungen ja als täglich Brot haben, wenn wir eine Hypothese haben und sie funktioniert nicht mehr, wir kommen nicht mehr weiter, das Erste, was wir tun, wir zerschlagen sie, legen alles auf den Tisch, geben sie Mixer hinein, schütteln alles und setzen sie neu zusammen und das machen wir ungefähr dreimal im Jahr. Sonst kommen wir mit unserem Erkenntnisgewinn nicht weiter, wenn wir starr dort bleiben und ich merke, dass in der normalen Umwelt Menschen das nicht machen können. Ich finde das extrem spannend, das bringt einen weiter, das ist ja total cool, Regeln zu zerstören und neu aufzusetzen und Sie scheinen das gerade zu machen. Mach ich daran, das macht Sie schon Ihr ganzes Leben lang, also bei ihr muss ich sagen, Also das gerade lasse ich weg, Sie scheinen das eigentlich hier in Berlin schon so gemacht. Absolut, dauernd. Sie werden eine ganz tolle Wissenschaftlerin. Stimmt, wäre ich auch gern geworden. Leider hat es mir den Tourismus verschlagen. Ich glaube, das mit Gier und verzichten wollen, das haben Sie selber gesagt, das ist ja ganz eine gefährliche Argumentation, weil sie erstens negativ konnotiert ist, auf Angriff geht, du kannst nicht, du kannst nicht verzichten, du bist gierig und so, aber man muss die Leute abholen und sagen, schau, wenn ihr jetzt die Veränderung durchsteht, es wird nachher um so vieles schöner, um so vieles schöner, wie in ein etwas kaltes Wasser zu springen, das im ersten Moment ist eine riesen Überwindung und wenn man drinnen ist, ist es so toll. So ungefähr stelle ich mir dieses Schließen, dieses Letzten oder dieses Schaffen des letzten Schrittes hin zum, in eine viel, viel schönere Welt, stelle ich mir einfach vor, aber es ist einfach allerletzter Augenblick, den Sprung zu wagen. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Herr Halperger. Ich war ja in Bayern auch dabei bei der Tourismus-Tagung, danke vielmals auch nochmal. Ich glaube trotzdem, dass man auch ehrlich sein muss und sagen muss, es wird nicht ohne Verzicht gehen. Der Verzicht wird halt dann anders verkauft werden, das ist dann die wichtige Aufgabe, aber in Wirklichkeit und das wäre wahrscheinlich auch dieser dogmatische Wechsel, man wird erst mal in den freien Markt eingreifen müssen, weil ich kann nicht und das Eisenbahnersohn, wenn es geht, überall hin mit dem Zug schon seit frühester Kindheit, ich kann nicht um 29, 90 nach London fliegen, wenn der Zug 400 Euro kostet. Das darf es nicht mehr geben. Das ist ja unoradisch. Wobei das Problem sind die Business-Class-Flüge. Ein Business-Class-Sitz verbrennt um vieles, vieles mehr, ums X-Fache mehr CO2 als ein Billigflug. Jetzt reden wir wieder über die Kleinigkeiten. Trotzdem geht es darum, dass da der freie Markt das nicht regeln wird. Und da müssen wir was überlegen. Wir kämpfen ja ein bisschen im Naturschutz dann auch wieder mit dem Thema Klima, weil in der Politik wird jetzt gerne überall Bäume gepflanzt. Wir haben gerade drei Hektar Wald gerodet an der Geil, um ein Sandbiotop wieder herzustellen, um da Reptilien-Lebensräume zu schaffen. Das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen ein Widerspruch zum Thema Klima, weil alle wollen aufforsten. Es geht aber sicher ganz entscheidend um klimafitte Wälder. Da haben wir gerade einen Schwerpunkt in der Naturparken. Das wird ganz entscheidend, weil das war eh lange im Vortrag und jeder liebt Wälder, auch im Tourismus. Und wenn dann die Fichten, wie ich an der Bahnfahrt von Regensburg nach Linz sehr schön sehen habe können, alle tot sind, dann wird das natürlich alarmierend, auch von der CO2-Bindung her. und in Kärnten die Seen. Also wir sehen jetzt diese Erwärmung. Wir haben am Weißensee ein Jahr, zwei Jahre, wo der See voll mit Wasserpflanzen ist. Die Touristiker schreien in Gottes Willen, wir werden im Winter kein Eis haben und im Sommer kann keiner mehr baden. Und im dritten Jahr sind die Wasserpflanzen verschwunden, weil die Temperatur irgendwann dann so hoch wurde, dass die Wasserpflanzen nicht überleben. Wasserpflanzen sind ein ganz entscheidender Faktor für die Phosphatbindung und damit für die Verringerung der Düngung des Sees und der Algenblüte. Also da kommt noch viel auf uns zu und wir werden die Seen nicht kühlen können. Und das wird natürlich noch eine riesen Herausforderung daher, umso wichtiger auch für den Tourismus, dass wir alle gemeinsam was tun. Darf ich noch kurz was ergänzen? Ich glaube, was man wahrscheinlich schon noch machen kann, weil gerade in der Baukultur tut sich ja im Tourismus ja Gott sei Dank auch relativ viel. Vieles, was jetzt vielleicht nicht ganz so optimal ist, so wie diese, ich nenne es immer ein bisschen diese Schuhschachtel-Architektur, die sich jetzt da rund um den Bertersee entwickelt. Aber gerade in Südtirol, wo Sie ja herkommen oder im Bregenzer Wald oder wie immer, gibt es ja total schöne Beispiele von sehr gelungener Architektur, auch für neue, auch nachhaltige Architektur für neue Hotelprojekte. Und ich glaube, dass man da über Design und über Schönheit, habe ich vor kurzem in einem Gespräch auch gehört, schon auch sehr viel auch machen kann, dass ich sozusagen diesen Verzicht vielleicht opfedern kann. Es gibt vielleicht nicht mehr so viel am Teller, aber dafür befinde ich mich in einer schönen Umgebung. Ich gestalte ja meinen Lebensraum. Da gibt es ja auch dieses Projekt, das gerade am Bertersee bei der Region auch entwickelt wird, so dieses Lebensraummanagement, dass es nicht mehr darum geht, da sind die Touristen, da sind die Bürger, da ist die Industrie, sondern dass man sagt, wie schaffen wir gemeinsam unseren Lebensraum für die nächsten 50, 100 Jahre, wie kann man das gemeinschaftlich bewerkstelligen und da auch wirklich sicher ein klares Bekenntnis auch vielleicht zu entwickeln, also nicht nur sozusagen nach den Regeln, nicht nur nachhaltig sich zu verhalten, sondern auch etwas für in Richtung Design, Kunst, Schönheit, auch wiederum kommt sozusagen aus der Wissenschaft heraus, aus unserer Kulturentwicklung heraus auch etwas zu gestalten, dass ich sage, das macht Sinn, da habe ich halt, ich sehe jetzt von mir aus kein Fleisch mehr, ist vegan oder wie auch immer, aber ich befinde mich einfach in einer Umgebung, die meiner Seele einfach gut tut. Vielleicht aus meiner Sicht noch ein Aspekt dazu, alles richtig, was hier gesagt wird, wir haben viele gute regionale Initiativen, wir haben viele gute Beispiele, wir müssen aber auch daran denken, Tourismus ist ein Massenphänomen, durch diese Demokratisierung des Reisens haben wir große Bevölkerungsteile, die reisen, und wenn ich jetzt wieder ein Beispiel aus Deutschland nehme, über 40% sind pauschal unterwegs, das heißt Reiseveranstalter, die große Mengen von Touristen von A nach B bringen und dort die schönsten Wochen, oft sind das ja nur noch die schönsten Tage des Jahres, zu verbringen, das ist eigentlich das große Problem, wir haben ein Massenproblem, wenn Eurowings pro Woche, pro Monat 440 Flüge im Sommer von Deutschland nach Mallorca hat, dann haben wir dort eigentlich das Problem, über das wir diskutieren müssen, es ist weniger das einzelbetriebliche Problem, gerade in kleinstrukturierten Tourismusdestinationen haben wir gute Ansätze, da läuft das relativ gut, will ich gar nicht bestreiten, aber wir müssen dieses Massenphänomen, müssen wir irgendwie versuchen anzugreifen und ich bin nicht der Totengräber des Tourismus, also nicht, dass die Schlagseile schmude, sprich für Abschaffung des Reisens, nein, Reisen hat sehr viele positive Effekte, diese Demokratisierung des Reisens will ich nicht abschaffen, aber wir müssen anders reisen. Es geht ja ums Wie, das wollte ich gerade sagen. Also ich kann da nur ein Beispiel dazu geben, das wieder sehr regional ist, ich habe gestern einen Termin gehabt, für aufgezeigt, einen Klientenbesuch gehabt, also im Job, und ich habe dann gesehen, dass es irgendwie ziemlich lässig wäre und habe das E-Bike genommen und bin dann den Wörtersee entlang gefahren, bis zu diesem Klientengespräch und das eigentliche Erlebnis, ich meine, das Klientengespräch war sehr spannend, das ist es immer, war dieser Weg, den ich zurückgelegt habe, weil ich eben nicht auf diesen, wie soll ich sagen, Alltagsrhythmus reingefallen bin, mich ins Auto zu setzen und dort hinzufangen, sondern ich habe einfach das Rad genommen, gut, das ist ein E-Bike, ja, bin faul. Gut, aber solche Dinge, glaube ich, so können wir alle etwas tun, aber ihr wollt unbedingt uns schon was sagen. Ja, es gibt ein paar Fragen aus dem Internet, insbesondere zum Thema Mobilität, der Herr Professor Schmude und der Herr Professor Kaser haben mir schon eigentlich einige Antworten gegeben, aber ich wiederhole sie noch einmal. Mobilität ist sicher ein crucial point in dieser ganzen Diskussion Klimawandel. Hier wird die Frage gestellt, wie kann im Rahmen des demokratisierten Reisens das Reisemittel-Flugzeug reduziert werden? Wie soll das funktionieren? Etwa beispielsweise wird hier angeboten, maximale Kilometer pro Jahr, pro Person oder ähnliches, nachhaltigere Treibstoffe. Wir wissen alle die Ursachen, die den Klimawandel verursachen, aber wir haben eigentlich keine Rezepte, was schlagen denn die Wissenschaftler hier vor? Was kann in puncto Mobilität wirklich oder was sollte geändert werden? Zumindest hier bei uns in Europa. Ohne Freiheiten einzuschränken, das muss man ja auch dazu sagen, weil das wird nicht gehen. Ja, das ist genau diese Frage des Andersreisen, ohne dass es mit Verzicht gleichgesetzt wird. Das heißt, nicht jedes Jahr die Flugreise und ich will gar nicht immer nur gegen die Flüge argumentieren, auch nicht jedes Wochenende für ein Wochenende zum Skifahren in die Alpen, sondern die Aufenthaltsdauer verlängern, eine Woche zum Skifahren zu gehen, alle fünf Jahre zu fliegen und in den Jahren dazwischen anders zu reisen und dort Erlebnisse, das hat uns Corona jetzt gezeigt, dort Erlebnisse zu konsumieren, die so einen Aha-Effekt ausgelöst haben. Wie viele Deutsche sind in Deutschland gereist, in Ecken, die sie vorher nicht gekannt haben, die sogenannten 1b-Lagen, ich will die jetzt nicht namentlich benennen, sonst gibt es wieder einen Aufschrei, ich bin doch nicht 1b, sondern 1a. Das hat positive Effekte ausgelöst und wenn ich diese positiven Erlebnisse habe, dann muss ich auch nicht jedes Jahr ins Flugzeug steigen, um eine Flugreise zu machen und was ich erlebe ist, dass diese Fridays-for-Future Generation in den Schulen, das wird die Generation sein, die anders reisen wird. Wir sind leider, in Klammern leider, und da schließe ich mich ein, da schließe ich meine Kinder ein, so sozialisiert worden, dass es einfach ein verfügbares Gut ist. Ich kann eben für 29 Euro nach London fliegen. Aber geht das dann noch, wenn eine Kerosin-Besteuerung kommt? Nein, wenn die kommt, dann natürlich nicht, aber das muss politisch gewollt sein und politisch durchgesetzt werden. Warum geht das alles so langsam? Also man diskutiert, wird es ja längst auf EU-Ebene zum Beispiel, wieso zahlt sich das alles so unheimlich? Herr Professor. Wenn ich das wüsste, wenn ich da eine Lösung anbieten könnte, dann säße ich wahrscheinlich nicht hier. Es hat natürlich mit Interessen zu tun, mit Lobby zu tun. Aber die Kerosin-Bepreisung wäre sozusagen der Kampf gegen die Billigflieger. Ja, aber das ist dann auch wieder nicht das bewusste Entscheiden für was anderes. Dann werde ich gezwungen. Der bessere Weg wäre, wenn wir alle unser Reiseverhalten hinterfragen und von uns aus unser Reiseverhalten ändern, ohne auf irgendetwas zu verzichten subjektiv, ohne dass die Qualität des Erlebnis reduziert wird und da bin ich wieder bei der Tourismuswirtschaft, das muss ich aktiv vermarkten, das muss ich aktiv kommunizieren. Eine freiwillige Veränderung. Das glaube ich kann man vergessen. Entschuldige, wenn ich das so sage, das muss, da muss Zwang, also bestimmte Dinge müssen mit Zwang gerecht, abgeschärft werden und dann können wir auch positive Alternativen anbieten. Aber solange alles verfügbar ist, wäre natürlich schön, aber ich glaube, mit dem kämpft die Menschheit schon seit es sie gibt, seit Adam und Eva mit, ich entscheide mich bewusst nicht für den Apfel, das wird nicht passieren. Da muss es sicher strenge Regeln in irgendeiner Form geben, damit wir dort hinkommen und die Dramatik glaube ich, haben sie uns heute wunderbar vorgeführt und ist uns zwei Wissenschaftlern bewusst. Ich finde, die Fragen waren ein bisschen provokant zusammengefasst, ich weiß jetzt nicht, wie sie gelautet haben, aber also mich fragt man immer, ja und was soll ich jetzt tun, was sollen wir jetzt hier tun in gestern, in Lienz, vorgestern, in Brixen und so weiter und meine Antwort ist immer als allererstes schauen, wie ihr lebt, was euer Verhalten ist, wo eure Schwachpunkte sind, wo die großen Energieverluste sind, weil es läuft am Ende über den Energiekonsum und dann müsst ihr halt entscheiden, wo ihr kürzt und wo ihr etwas ändert und die Mobilität ist jetzt einmal hier in diesem Raum und im Zusammenhang mit Tourismus sicher ein großes Thema, zusammen mit der Ernährung würde ich jetzt einmal sagen. Andere Dinge, die Stahlindustrie ist jetzt nur marginal betroffen, außer ich baue halt jetzt gerade ein Grand Hotel oder ich will wieder Autobahnen bauen und so weiter. Aber was in jener Zahl, die ich genannt habe, sechs Tonnen pro Jahr pro Person nicht drinnen steckt, ist der Konsum, weil den lassen wir ja den Chinesen, die das produzieren. Wenn wir das mit hereinnehmen, dann müssen wir vielleicht das noch wegzählen, was wir produzieren und andere konsumieren, aber dann würden wir zum Beispiel als Hauptkonsumenten sehr, sehr viel höher angesetzt werden. Und das ist das Problem. Und Konsum ist etwas, was ja auch den Tourismus betrifft. Ich konsumiere irgendwie die Wochenenden, indem ich schnell, schnell irgendwo ins Ötztal zum Skifahren fahre. Das ist ja alles nur ein Fortsetzen von Stress und von Davonlaufen, von nicht mehr Wissen, was mit meinem Leben tun. Ich glaube, Touristiker müssen wieder das zurückfahren und sagen, das hat ja etwas mit Erholung zu tun und wenn ihr euch nicht erholen wollt und nicht bereit seid, euch zu erholen, dann bleibt bitte in München, in Mailand, in Frankfurt, wo ihr seid, kommt her, ohne 14 Tage hierzubleiben, gebe gar kein Zimmer mehr. Und das ist jetzt aber Diskussion, wir basteln am bestehenden System herum. Das ist jetzt meine Aufgabe, das wieder wegzuholen, weil Sie haben das ganz gut angedeutet, es gibt andere Größen und andere Kräfte, die uns ja schon, den Touristikern schon irgendwo unterm Nagel brennen, das ist jetzt das Personal. Und da gibt es gute Gründe dafür, es ist eine Komplexität von Gründen, aber die brechen weg. Auf das muss man sich einstellen und da werden viele Betriebe zusperren müssen, vor allen Dingen die Personalintensiven. passiert ja schon. Und nicht wegen Covid und nicht wegen Klimawandel, sondern weil einfach diese Personalsituation, diese Arbeitskräftesituation ist. Das nächste ist, wenn man das nicht sehr schnell hinkriegen mit der Klimawandel Geschichte oder dem Beenden dieser massiven Klimakrise, dann werden uns die Touristen wegbrechen. Wenn Deutschland irgendwo sich nicht unterstellt und weiterhin in einem halben Wohlstand oder in einem reduzierten Wohlstand weiterleben kann, wer soll denn dann noch kommen? Das wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, da bricht alles zusammen. Wenn wir das nicht hinkriegen und wenn es zunehmend Unwetter und Extremereignisse global zerschlagen werden, global zerschlagen werden, mit Konflikten, die da drauf kommen, das ist ja alles nicht unabhängig voneinander und eigentlich ist alles, der Herr Heuberger hat es genannt, es ist diese Philosophie des freien Marktes, die ist die Schuld daran, dass wir in der Klimakrise sind, die ist die Schuld, dass wir die Ökosysteme zerstören, bis hin zu bedrohlichen Situationen, wir sind ja bereits bedroht, Covid ist nur ein ganz ganz müder Ausschlag gewesen, da denken Sie, wenn Ebola übergeschlagen hätte, dann würden wir nicht hier sitzen und über Masken schimpfen, es sind die Ressourcen gehen zu Ende und wir beuten weiterhin Menschen aus, wenn wir sagen, unser Budget ist von 26, was wir noch haben oder so, irgendetwas Tonnen pro Jahr pro Person ist aufgebraucht, das haben wir nicht mehr, und dann ist in den Köpfen überall der Macher, dass wir ja pro sagen wir mal Kärntner ungefähr 10 bis 20 Schwarze haben, die das ja eh nicht brauchen in Afrika und dann haben wir noch ein paar Inder, die es auch nicht brauchen und ein paar weiß Ich möchte das jetzt bewusst nicht politisch korrekt kommunizieren, weil es zeigt, wie sehr diese imperialistische Lebensweise, das ist dann der nächste Schritt von Imperialismus, das ist ja wieder unser System, wir erhalten es aufrecht und die sollen schauen, wo sie hinkommen, weil die brauchen das ja eh nicht. Wir sind also in einer dramatischen Krise und es gibt eine einzige Ursache und das ist die völlig deliberisierte Marktwirtschaft. Wachstum, toll, aber es muss negativ werden und zwar massiv negativ. müssen auf die Hälfte herunterfahren und nicht die Weltuntergangsstimmung schon hervorrufen, weil wir null Wachstum einmal ein Jahr haben oder nur ein Prozent. Das ist etwas, was wir tun müssen, sonst kriegen wir es nicht hin. Das ist eine der heiligsten Kühe überhaupt. Der Professor Riedl hat das 19... Wann war Heimburg? Ich muss euch ein bisschen bremsen. Irgendwann war Heimburg, hat der Professor Riedl zum Sinowatz gesagt, bitte schön mit dem Wirtschaftswachstum muss es aufhören. Dann hat der Sinowatz gesagt, selbstverständlich habe Sie recht, Herr Professor, aber drei Prozent müssen es sein. Wachstum in den 70er Jahren relativ klar und einfach dargestellt. Liebe Damen und Herren, ich habe gehört, dass unsere Zeit schon wieder vorbei ist. Das ist immer jedes Jahr dasselbe. Das ist einfach zu kurz. Ich darf Sie jetzt sozusagen um ein sehr knappes, ich habe Sie mit einem Zitat begrüßt, um wirklich diese Zitatlänge um ein Schlusswort bitten, was Sie persönlich sich aus dieser Diskussion heute mitnehmen. Herr Halperger. Ja, danke vielmals Herr Professor. Die Dramatik war für mich sehr beeindruckend. Unser Ziel für die nächsten zehn Jahre wird sein, das Thema Carrying Capacities zu diskutieren, also Belastungs- und Besuchergrenzen festzulegen, die das Schutzgebiet erhalten, aber das Erleben trotzdem ermöglichen, auch unter sozialen Umständen. Herr Professor Schmude. Wir müssen deutlich differenzieren zwischen der Angebots- und Nachfrageseite und die Angebotsseite muss aktiv kommunizieren, positiv kommunizieren und die Nachfrageseite muss über Reisenmüttern nachdenken. Dankeschön. Heide. Ich finde, was mir heute sehr gut gefallen hat, dass noch nicht aller Tage Ende ist und das gibt Hoffnung. Wir sind noch nicht über den Tipping Point und wir können noch ganz viel tun und ich denke mir, dass die Touristiker auf jeden Fall dazu bereit sind, das auch zu machen und da werden uns gute Sachen einfallen, ganz sicher. Herr Professor Kasi. Ja, für mich ist ein bisschen ein Erlebnis in einem längeren Prozess. Ich habe so seit 2005 Vorträge halt, ich werde immer wieder eingeladen zum selben Thema, seit ich halt in diesem IPCC aktiv tätig bin und es waren immer über Jahrzehnte fast immer die gleiche Gruppe oder gleich identifizierbare Gruppe von Umweltschützern da und hinten waren immer drei, die da gesessen sind und gesagt haben, es stimmt alles nicht, Klimawandel hat es immer schon gegeben, ihr wisst das alles nicht. Das war so die Szene, ich habe nicht einen Menschen überzeugt, die einen wussten es schon und die anderen wollten es nicht wissen und irgendwann haben wir einen Frust gekauft und haben wir gesagt, das nützt ja alles nicht, jeder Vortrag ist zwar nett, mal andere Leute treffen, wohin fahren, aber weiterbringen tue ich nichts. Seit Oktober 2018 ist das anders, heute wieder bestätigt, ich werde eingeladen von Menschen, die sagen, irgendwo passiert jetzt was, wir möchten wissen was und die einhellige Reflexion oder die Antwort ist dann immer wieder, danke, wir haben nicht gewusst, dass es so dramatisch ist und das hat für mich wirklich einen Wechsel in der jetzt macht es einen Sinn wieder Vorträge zu machen und wohin zu gehen, weil wirklich Leute, die mitten im Leben stehen und nicht in der Umweltschutzer Ecke, ich will das nicht negativ benennen, sagen, ja toll, wir sagen das auch schon immer, ja, okay, stopp. Ganz bescheiden möchte ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, ich habe mich an diesem Wochenende intensivst mit dem Thema auseinandergesetzt, ich könnte jetzt noch fünf Stunden weitermachen mit Ihnen, dann kämen Sie auch alle ausführlich zu Wort, das würde ich mir wünschen, ich kann Ihnen nur sagen, allen, die uns zuhören, zusehen, kann ich nur raten, schauen Sie sich das an, was die Herren zu bieten haben, was die Dame zu bieten hat hier am Podium, das sind hochspannende Geschichten, die man im Internet sehr gut auch recherchieren kann und nachvollziehen kann, ich bin in erster Linie und das möchte ich hier sagen und ich neige nicht zu persönlichen Statements, ich bin sehr dankbar, sehr dankbar, dass Sie mich da so abgeholt haben mit Ihrer Arbeit über Monate, dass Sie mich so umfassend informiert haben, was das bedeutet, was das in Zukunft bedeuten kann, es ist Zeit, wir müssen es angehen, wir müssen jeder, jede unseren Weg finden, um alles dagegen zu tun, was sich unternehmen lässt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke. Applaus für die Aufmerksamkeit. Applaus für die Aufmerksamkeit. Applaus für die Aufmerksamkeit.